Mal herhören. Wir werden jetzt anblasen und sehen, ob wir mit dem Hintern hochkommen. Wenn ja, kann es nochmal ungemütlich werden. Allein verkehrt herum. Es gibt also nur eins. Beten, dass die Diesel anspringen. Dann dreimal wahnsinnig und durch. Raus aus dem Trichter. Und ab nach Hause. Wenn es klappt, gibt es eine halbe Flasche Bier für jeden. Es gibt übrigens eine gewisse Chance. Sie rechnen nicht mit uns. Na, Männer? Alles klar? Jawohl, Dr. Lloyd. Ja, Herr Lloyd. Frage, Hauchpeilung? Keine Peilung. Klar machen zum Auftauchen. Klar bei Tauchrettern. Umschalten auf Rotlicht. Anpassktion. Solange. Ja. Hur. Ja. 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 Anblasen. 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 Ich erinnere mich. 20 Meter über 15. 270 Meter! Erste Wache sich klar machen. 260 Meter! 250 Meter! 230 Meter! 230 Meter! 230 Meter! 220! 260 Meter! Het wirdrocket in 050. 4000 Meter! 8000 Meter! rage Donner, geh es auf. Lagemaschinen? Beide diese. So, jetzt kommt es noch mal drauf an. Na? Ich glaube, es läuft. Na, was sagst du, dass Marmelade gerade Kraft gibt? Er läuft! Er läuft! Er läuft! Ja! Weißt du klar, dass er läuft? Er läuft! Nein! Diesmal erwischen Sie uns nicht! Diesmal nicht! Geht's heut durch, verdammter Moin! Moin, durch! Reit jetzt nach Steuerbord! Deine 20 Grad Steuern! Sie seien in der Welt! Sie sehen uns nicht eins wie oben! Liegen alle, die im Kochen und pennen! Nein! Wissen Sie was? Die sitzen im Casino und feiern unsere Versenkung! Not yet, Kameraden! Not yet! Not yet, Kameraden! 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 Untertitelung des ZDF, 2020